Einfach wow. Ich dachte, ich bin auf dem falschen Stern. Also auf dem anderen Stern, das ist irre. Einfach toll. Mein Sohn ist ja mit hier, da lässt sich auch die Zähne ja machen. Ich fühle mich wieder wohl, fühle mich wieder schön, was vorher nicht der Fall war. Über die Klinik Denta Prime Bulgarien habe ich erfahren von unseren Freunden Heidi und Frank in Radebeul. Die haben mir das empfohlen. Meine Zähne wurden ganz schlimm durch meine Krankheit. Und da haben sie gesagt, Mensch, versuch das mal in Bulgarien. Da habe ich nicht lange überlegt und habe gedacht, gut, machst du. Und war alles richtig. Erstmal ist es ein riesen Preisunterschied, muss ich einfach so sagen. Und von der Behandlung auch hier geht alles Schritt für Schritt, wird da gemacht. Bei uns wäre diese Behandlung überhaupt nicht möglich. Das würde Jahre dauern. Was mit mir hier innerhalb von 14 Tagen jetzt geschafft wurde.